So, da wären wir wieder. Wir haben hier immer noch unseren besessenen Zwerg, der Stone Rocks, Tree Life und Block Bricks haben möchte. Die Bricks von dem Potter haben aber nicht funktioniert. Das hatten wir hier unten ausprobiert mit dem Kiln. Da, und der hat jetzt schon mehrere davon hergestellt. Und trotzdem lief er hier nicht los. Das heißt, vielleicht braucht er wirklich nur stinknormale Steine. Denn wir hatten als letztes Mal in den Stockpile geguckt, hatten nur einen einzigen Granitstein. Und der wird wahrscheinlich für irgendwas anderes verbaut sein. Das heißt, wir gehen jetzt mal unter Stones und erlauben da, also erst mal Tab drücken und erlauben da Chat und Chat und was hatten wir noch alles? Gucken wir mal hier in Stocks. Blocks, Threads, Slabs. Wo sind hier die Steine? Ah, da. So, Chat haben wir, Granit haben wir ein bisschen. Bismutin. Ne, das wollen wir nicht verarbeiten. Und Kaolinit. Da gucke ich mal ganz kurz im Wiki nach, ob das für irgendwas anderes da ist. Ich glaube, das war für, äh, Potter-Sachen. Kaolinit. Kaolinit. Ja. Ja, daraus kann man Porzellan herstellen. Sehr schön. Das heißt, das benutzen wir nicht für Mason-Sachen. Aber Shared und Jet haben wir schon aktiviert. Vielleicht läuft er jetzt ja los. Nee, tut er nicht. Sind die irgendwie gedummt vielleicht? Nee, sind frei zugänglich. Ah, okay. Was ist mit richtigen Blöcken? Da hatten wir aber, glaube ich, auch schon welche hergestellt. Blocks. Granit-Blocks. Wo liegst du? Du bist hier in einer Kiste. Also auch frei zugänglich. Das heißt, es sind keine Blöcke. Es sind keine rohen Steine. Und es sind keine, ähm, Potter-Ziegel. Oh, das ärgert mich jetzt. Ich will nicht unseren Arzt verlieren. Also ich habe auch schon im, äh, Zwergen-Wikin-Nacht geguckt. Das ist halt Leder. Das ist stinknormaler Stein. Stein, das ist Holz. Mach mal, das sind zweimal Steine. Stone-Rock. Guck mal ganz kurz bei den Moods. Strange-Mood. Er arbeitet Secretive. So, Stone-Rocks sind ganz normale Steine. Block-Bricks sind Stein- oder Metall-Blöcke. Stein-Block haben wir ja. Tree-Life ist Holz. Und Leather-Skin ist, äh, Leder. Damit haben wir alles, was er da aufgeführt hat. Außer wir will jetzt Metall-Blöcke haben. Das könnte natürlich auch noch sein. Na gut, dann verschwenden wir halt etwas von unserem Metall. Und stellen einen stinknormalen Block her. Wir hätten gerne anderes Objekt aus, welches Metall haben wir überhaupt über. Äh, Stocks. Weil ich würde das ganz gerne möglichst schnell hinbekommen mit ihm. Denn ich habe danach ganz, ganz viel zu erzählen. Äh, wo sind meine Bars? Da sind Bars. Ein Eisenbarren. Äh, ja, nehmen wir Eisen. Wenn ein Block denn wirklich nur ein Barren braucht. Ich glaube, wir brauchen mehr. Äh, jetzt sagt nicht, dass wir nicht genug Eisen haben für einen Block. Wovon haben wir denn viel? Wir haben Stahl. Ja, nee. Wir probieren es erstmal mit Bronze. Ah, andere. Bronze. Nom, 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 nom. Blöcke sind hier gar nicht bei. Metal Clothing nicht. Hier auch nicht. Und was fällt denn das? Bronze. Ah, Construct Bronze Block. So. Wir haben wieder einen D-Politoren. Das ist okay. Jetzt will ich aber gucken, ob möglichst schnell da ein Schmied runterkommt. Ja, sehr schön. Oder auch nicht. Da wurde nur was hingeliefert. Komm schon. Ah, ich brech mal ganz kurz hier unten oder pausier mal ganz kurz hier unten die Einschmelzbefehle ab. Charcoal kann auch kurz pausiert werden, damit auch ja unsere beiden Schmiede den Block herstellen und nicht irgendwas einschmelzen. Ah, wie ich die kenne, machen die jetzt erstmal Pause, weil sie die ganze Zeit arbeiten mussten. Das ist meistens so, wenn man Befehle von denen unterbricht. Sie powern so lange durch wie geht, aber wenn man denen mal quasi eine Pause gibt, dann nehmen die die auch gleich. Und wer sind die beiden hier? Tami und Wayne of Games. Ich habe das doch gerade pausiert. Jungs. Achso. Man muss alle pausieren. Zack, zack, zack. So. Jetzt aber. Bitte, bitte, bitte. Schnell einen Block herstellen. Noch einen Dieb. Das ist okay. Die Miliz starrt schon auf den besessenen Zwerg. Komm schon, bitte lass es das sein. Und fertig. Und der bewegt sich nicht, ja? Ne, also wir haben jetzt Steinblöcke. Wir können nochmal Steinblöcke herstellen. Vielleicht aus dem anderen Stein. So. Oder vielleicht einen Holzblock. Also laut Wiki braucht er keinen Holzblock, aber man weiß ja nie. Kann man ja keinen Holzblock herstellen. Dann geht das bestimmt woanders. Hier nicht. Da. Holz. Äh, Holz. Nee. Menno. Der Mason stellt gerade einen Steinblock her, aber das war es wohl auch nicht. Und ich weiß übrigens inzwischen auch, was das mit den Nachrichten da auf sich hat, aber ich will zuerst den Typen da halten. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist jede Menge Holz da. Blockbricks. Das sind Blöcke. Wir haben jetzt... Kann man Porzellanblöcke herstellen? Bricks haben wir schon gemacht. Bricks haben wir schon gemacht. Und ich sollte nicht immer wieder Pause wegdrücken. Ich soll erst mal überlegen, was man noch machen könnte. Also wir haben Steinblöcke. Also wir haben Steinblöcke. Wir haben Holzblöcke nicht gefunden. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es die irgendwo gab. Aber die sehe ich hier nicht. Äh, wo könnten die noch sein, wenn sie nicht im Carpenter-Workshop sind? Und nicht im Craftsdorf-Workshop. Also ich habe da auch irgendwas übersehen. Also hier war Holz, da war es nicht bei. Und sonst ist hier auch nichts. Hm, okay. Ich habe schon wieder Pause gedrückt. Nee, sorry. Da fällt mir jetzt echt nichts ein. Blockbricks. Leather. Leder. Wo ist mein Stockpile? Vielleicht haben wir schon alles Leder. Ja. Wir haben das Leder verboten. So. Jetzt lauf los, Forrest. Ja. Schön. Schöne Sache. Ah. Jetzt darf er bloß nicht verhungern oder durchdrehen, während er das Teil herstellt. Mann, 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 Mann. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir ganz, ganz viel Leder haben. Aber das haben wir ja alles zu Leder-King-Kalizien verarbeitet. Uwala. Na komm, zeig uns ein richtig schönes Artefakt. Was waren das da gerade für komische Symbole? Hm. Achso. Und die Miliz kann auch inzwischen. S-A-T. Und den Move-Befehl weg. So. Der dreht schon nicht durch. Und wenn er ist irgendwie unbewaffnet, das kriegen wir hin. Komm, schau an. Zeig uns irgendwas ganz lustiges. Dauert ganz schön lange bei Jahren. Hat es nicht so lange gedauert. Ach. Eine Cedar Puzzlebox. Na gut. Wenigstens ist er nicht gestorben. Gucken wir mal, was er dafür bekommen hat. Äh. Er hat keinen Skill bekommen. Was soll denn das? Normalerweise, wenn sie ein Artefakt herstellen, kriegen sie auch gleich den Skill auf Legendary. Nö. Nix bekommen. Hm. Okay. Gucken wir uns das Ding mal genauer an. So. Dies ist eine Cedar Puzzlebox. Alle Zwergen, alles Zwergenhandback ist von höchster Qualität. Es ist, äh, enkrustiert. Ich habe schon wieder vergessen, was das Wort heißt. Äh. Mit Rektangular Granit Cabochons. Das ist irgendeine Einfassung. Dekoriert mit Candlenut. Und umringt mit Bändern aus Hundeleder und Cushions von Jet Cabochons. Dieses Objekt ist bestückt mit Stacheln aus Cedar und Mahagoni. Sehr schöne Puzzlebox, ja. Und 8400 wert. Sehr schön. So. Jetzt wollte ich eigentlich noch erzählen, äh, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe nämlich einen Leserbrief sozusagen bekommen. Mit richtig, richtig vielen, äh, nützlichen Hinweisen. Die wollte ich eigentlich alle durchgehen. Aber der Zwerg war mir doch ein bisschen wichtiger. Das heißt, wir haben jetzt noch drei Minuten in dieser Folge. Die werde ich damit vollkommen ausfüllen. Was ja auch nicht wirklich schwer ist. Und dann vermutlich noch die ganze nächste Folge. Aber gehen wir erstmal Schritt für Schritt durch. Das erste war, äh, mit dem Vampir. Es gibt keinen Vampir. Diese Meldungen, die immer wieder kommen, sind Tiere, die in Käfigen verhungern. Ja, das können Tiere inzwischen. In den alten Versionen konnte man so viele Tiere, wie man wollte, in ein Käfig sperren. Und die sind nie verhungert. Und auch nie älter geworden. Dadurch konnte man sie quasi unsterblich machen. Das hat sich jetzt wohl geändert. Und in dem Käfig hier werden jetzt schon tierisch viele tote Tiere sein. Das heißt, wir schmeißen jetzt mal alle Tiere hier raus. So. Den Peregrinfalken auch nicht. Und wenn die Tiere da draußen sind, dann lösen wir mal den Käfig auf und gucken, ob da irgendwas rausputzelt. Sind immer noch zwei, drei drin. Die haben bisher keinen Pfeil nach unten. Also die haben keinen Hunger. Wo ist der Käfig? Da ist der Käfig. So, die drei müssen auch noch raus. Hallo, was war denn das? Ah, wieder ein Dieb von den Toren. Die sind immer hier unten links. Die huschen von unserem Hauptgang und gleich wieder nach oben. Und die Hunde hinterher. So. Oh, unsere Mauer ist fertig. Sehr schön. Äh, wo war ich jetzt gerade? Ich war bei den Tieren. Die waren oben. So. Warum kommt da jetzt keiner? Eigentlich müsste jetzt ein Zwerg kommen und die letzten drei Tiere noch freilassen. Da müssen wir gucken, wer von denen Hunger hat. Und die müssen wir dann draußen anbinden, damit sie wieder was zum Grasen haben. Aber ja, das war das Rätsel mit den Vampiren. Es gab einfach keinen. Die Zwerge haben die Tiere im Käfig nicht gefunden. Und dann kamen halt diese Vermisstenmeldungen zustande. Das heißt, all die Tiere, die ich gesammelt habe, damit wir später ein Zoo machen können, wo sich alle daran erfreuen können, die sind da drin gestorben. Was recht übel ist, so im Nachhinein betrachtet. Aber gut, das weiß ich jetzt wenigstens schon mal. Der nächste Punkt war die R-Taste. Die hatte mir ein anderer Kollege schon gesagt. Das war das hier. Hier kann man sich die Kämpfe ganz genau angucken. Wer mit wem kämpft und wie es geht. So, dann noch im Wundensystem. Da hatte ich einmal gesagt gehabt, dass er im rot markierte Wunden. Also wenn man hier auf W geht und hier irgendwas rot ist, dass es abgetrennt ist. Das stimmt so nicht. Abgetrennt ist es erst, wenn es grau wird. Das war der eine Punkt. Und man braucht kein Holz mehr für Barrels. Man kann inzwischen Barrels aus Stein herstellen. Das fand ich eine richtig krasse Nachricht. Das probiere ich auch gleich mal aus. Weil dann brauchen wir ja fast gar kein Holz mehr. Ich habe Holz primär immer benutzt für Barrels, um da Essen reinzutun und Alkohol. Aber wenn wir echt aus Stein Barrels herstellen können, das ist Hammer. So, das soll wie heißen? Pots. Coffin Slap Quern. Ähm. Stellt man hierher? Rock. Rock. Rock Pot. Repeat. Äh. Naja. Hehehehe. Jetzt sind sie wieder so bunt. Ah, aber bunt war die nächste Sache. Das hebe ich nochmal ganz kurz auf. Denn man kann jetzt, ähm, Stockpiles kann man ja sortieren nach den Steinen, welche da rein sollen. Und man kann neuerdings Stockpiles nicht nur untereinander verlinken, sondern man kann auch Workshops mit einem Stockpile verlinken. Und dann nimmt dieses Workshop nur von dem Stockpile die Steine oder das Holz oder was auch immer. dadurch können wir wirklich regeln, wer was herstellt. Das heißt, wir nehmen jetzt den Stockpile hier. Machen da alles weg und hier kommt nur Karolunit hin. So. Und das Stockpile nehmen wir alles weg. Und da kommt jetzt nur Chared hin. Da nehmen wir alles weg und da kommt nur Granit hin. So. Dementsprechend sagen wir jetzt den Mason hier, er soll nur von dem hier nehmen, dem Mason auch nur, er soll von dem hier nehmen. Dadurch stellen wir sicher, dass wir weiße Möbel herstellen. Den Craftsworth Workshops können wir ein Stockpile zuordnen, wo alles Gemischte drin ist. Das habe ich hier. Da waren ja Chair drin. Ne, Karolunit. Hier war Chair drin. Da packen wir einfach alle Steine rein, die nicht so toll aussehen, weil sie halt bunt sind. Aber das müssen wir später mal machen. So, Craftsworth Workshop. Wie? Äh. Mache ich das jetzt? Ich probiere mal hier. Ah, jetzt gibt es hier rechts die Option Gift, Tour Pile oder Workshop. Da drücke ich G und wähle das da aus. Und jetzt steht hier unten, GIF, Stone Pile 14, GIF, Craftsworth Workshop. Oh, das muss weg. So, GIF, Craftsworth Workshop. Das machen wir gleich nochmal. Und machen das mit dem da. Und jetzt sehen wir hier GIF, Craftsworth Workshop, den einen und den anderen. Sehr schön. Das heißt, die beiden kriegen jetzt schon mal ihre Steine nur von diesem Stockpile. Das machen wir bei den vier hier auch nochmal. Also G, Klick, G, Klick, G, Klick, G, Klick. So. Was haben wir noch? Wir haben noch die Mechanismen. So, machen wir das genauso. Kommt auch von dem Ramm Stockpile. G. G. So, jetzt haben wir hier ganz viele Giftbefehle. Und der Stockpile ist wahrscheinlich für die ganzen viel zu klein. Aber so können wir jetzt wirklich sicherstellen. Also erstmal müssen wir alle Steine wieder erlauben. Also alle Steine, die wir haben. Jet, Granit, Jet, Kaolinit. Nicht unbedingt. Sonst haben wir nichts, ne? Nö. Gut. Aber so können wir jetzt wirklich sicherstellen, dass alle Möbel, die hergestellt werden, weiß sind. Und alle Sachen, die nicht so wichtig sind, aus diesen gemischten Steinen hergestellt werden. Das ist für mich schon mal eine riesen Erleichterung. Und dass wir jetzt wirklich die Barrels aus Stein herstellen können, das ist echt super. Das heißt, das ganze Holz können wir jetzt eigentlich benutzen, um Bins herzustellen und Kohle. So. Aber jetzt gibt es erstmal einen Cut und in der nächsten Folge gehe ich weiter den Leserbrief durch. Also bis gleich. So. 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 So.